Hallo und Willkommen, mein Name ist Wergenon Charmway und heute klären wir die Frage, lohnt sich Sprint Vector? Sprint Vector ist ein Spiel entwickelt von Servius und ein Multiplayer Online Racing Spiel in VR und exklusiv für VR, genauer gesagt für die Oculus Rift und HTC Vive, hier in diesem Test die Oculus Rift in Verwendung und wie immer ist dieses Video nachvertont, denn in VR gleichzeitig ein bisschen kommentieren ist schwierig. So, was ist Sprint Vector denn eigentlich? Sprint Vector ist am besten beschreibbar als eine Mischung aus Mirror's Edge, Trickstyle, Jet Set Radio oder Hover, alles so ein bisschen vermischt mit ein paar Mario Kart Elementen in einem Spiel als, wie schon gesagt, VR Racing Spiel. Und zwar ist es diesmal nicht ein Hoverboard oder irgendwelche Rollerblades oder ähnliches. Nein, wir sprinten durch die Level und wir sprinten nicht nur durch die Level, wir können auch klettern, wir können begleiten, wir können eine ganze Menge lustige Aktionen durchführen und wir können auch ein wenig schießen, um unsere Mitspieler aus dem Konzept zu bringen. Das Ganze in Top Speed stehend in VR klingt erstmal ganz schrecklich nach Motion Signals, hält sich aber wirklich sehr gut in Grenzen, denn da die Blickrichtung gleichzeitig auch die Richtung ist, in die man sich bewegt, sprich nach vorne gucken, ist dauerhaft die W-Taste, zumindest so lange wie man die Arme bewegt in einer Sprintbewegung, wie man hier auch im Video sehen kann. So lange kommt man vorwärts und wenn man nach links oder rechts guckt, bewegt man sich halt nach links oder rechts. Das ist schon mal sehr angenehm. Größere Drehungen, so alle 180 Grad Wände oder so sind nicht nötig. Für 90 Grad Wendungen kann man auch den Analog Stick benutzen an einem der beiden Controller. Erfordert ein bisschen Eingewöhnung, denn gerade das Kurvenkriegen ist in hoher Geschwindigkeit doch sehr seltsam und man kommt erstmal anfangs ein bisschen aus dem Gleichgewicht, ist aber sehr gut gelöst und eine hervorragende Methode, dass man das Spiel wirklich nur stehend spielen kann. Es gibt auch die Möglichkeit Room Scale oder halt zumindest stehend im ganzen Raum. Aber es ist eben genauso gut möglich, das Spiel sogar sitzend zu spielen, was allerdings anhand der Armbewegung ein bisschen schwierig ist. Am besten ist es stehend und wenn man nur frontal zu den Sensoren stehen kann, dann ist das immerhin schon mal eine ganz gute Lösung, denn so kann man sich durchs komplette Level navigieren, ohne allzu große Nachteile zu haben. Teilweise sogar Vorteile, wenn man dann doch eine schnelle Drehung machen muss, ist man da besser mitberaten, anstatt den Kopf vielleicht zu drehen, was ein klein wenig langsamer ist, denn die Drehung geht schon wirklich verdammt schnell. So, wie läuft denn jetzt so ein Rennen eigentlich ab? So ein Rennen läuft ab, wir suchen uns Anfang des Spiels einen Charakter aus, mehrere können dann freigeschaltet werden, allerdings bleibt man dann erstmal bei diesem ein und geht vom Velodrom aus bzw. von der Trainings-Arena erstmal in ein Rennen, zum Beispiel hier dieses eisige Level oder aber das Wüsten Level und wir stehen an der Startlinie mit anderen Kontrahenten, die alle nicht so ganz freiwillig bei diesem Sport mitmachen, wie man durch die Kommentatoren erfährt. Und dann geht es auch schon los, Arme kräftig wedeln, dabei Tasten drücken und wir rennen in Topspeed durchs Level. Dabei gibt es einige Booster einzusammeln, Nitros zum Beispiel oder andere Power-Ups, wie zum Beispiel Raketen, die den Vordermann verfolgen und abschießen oder ein Energiefeld, das alle Gegner verlangsamt, Minen und andere wunderbare Gegenstände, mit denen man seine Gegner ein bisschen aus dem Konzept bringen kann, allerdings schwierig zu verwenden. Zum einen, man weiß nicht wirklich, was man eingesammelt hat. Zwar ist es im UI sehr gut dargestellt, wenn man es in den Aufnahmen sieht, aber im Spiel selber konzentriert man sich so sehr auf die Strecke, dass man vom UI selber eigentlich nichts mitbekommt. Und die Sprecher sind in dem Fall doch ein klein wenig zu leise geraten. Generell ist die Abmischung sehr gut, dazu kommen wir gleich noch. Aber der Sprecher, der uns sagt, was wir für einen Booster eingesammelt haben oder für ein anderes Power-Up, der ist ein kleines bisschen leise, so dass man es zwar an der Farbe erkennen kann, was vor einem schwebt, aber man nicht wirklich die Zeit hat, es wahrzunehmen. Das kann man sich auswendig lernen. Am Anfang ist allerdings viel herumprobiere und man wendet es einfach an, wenn man gerade überholt wird. Ansonsten lohnt es sich einfach nicht, denn wirklich umschauen ist nicht drin, man hat keine Zeit, man schaut nach vorne. Man versucht irgendwie so schnell wie möglich zu sein, denn auch im Singleplayer schon sind die Charaktere, die NPCs, eine ganz schöne Herausforderung, vom Online-Spiel mal ganz zu schweigen, was da anscheinend für Sportler mit super Oberarmmuskeln sitzen müssen. Zum Thema Motion Sickness, da gibt es sicherlich einige Leute, die davon betroffen sein werden, aber dafür gibt es im Menü einige Komfortfunktionen, um dem Ganzen ein bisschen auszuweichen. Im Großen und Ganzen ist mir, und ich bin relativ anfällig dafür, das allerdings nicht passiert. Man braucht einen ziemlich sicheren Stand, denn gerade wenn man viele Kurven fährt, dann schwankt man doch gerne mal nach links und nach rechts. Aber wenn man das hat, fühlt es sich tatsächlich an, als würde man durch die Level sprinten und vergisst dabei, wie bescheuert man eigentlich aussieht. Und, oh ja, man sieht sehr bescheuert aus. Und damit ich euch nicht zeigen muss, wie bescheuert man aussieht, hat das der wunderbare Tutorialmann hier für euch erledigt. Hier ein ganz kleiner Ausschnitt davon. First, we'll show you the basic motion. Now, swing your arm downward. Awesome! Past your hip mid swing. Try to reach the speed mark on the speedometer in front of you, using your right hand. As you go faster, you'll start to see lightning form around your vision. To make it past these gaps, you'll need to be going pretty fast. Use the speedometer under this video to check your speed. Remember that your stride will be used all the time in Sprintvector. By maintaining good form, you can go much faster for significantly less effort. And trust me, you'll need that extra energy to pull off all the sweet stunts you can see in this video. Wie man schon sieht, wie in den meisten VR-Spielen. Es fühlt sich verdammt gut an, aber man sieht unfassbar affig dabei aus. Aber das ist ja nicht schlimm. Wenn man nicht gerade absichtlich Zuschauer hat, um sich zu blamieren oder zum Affen zu machen, dann merkt man das selber eh nicht. Und es kommt ja nur darauf an, was man unter der Brille spürt. Und da ist das Gefühl von Geschwindigkeit, dieser Rausch, der Adrenalinkick, wenn man dann doch noch gerade auf den letzten Metern einen Gegner verfolgt, der ist unfassbar hoch. Gerade auch, was man an beweglichen Hindernissen umgehen muss. Da schnell zu reagieren und auch richtig zu reagieren, das erfordert sehr viel Feingefühl und Konzentration. Es ist einfach großartig. Zusätzlich kommt die Comic-Grafik, die sehr gut gewählt ist. Es fühlt sich nicht schlecht an. Es hat so ein bisschen was von einem Saturday-Morning-Cartoon. Und auch der Sound ist unfassbar gut. Er ist generell schon sehr, sehr gut abgemischt. Wie gesagt, der Sprecher vom eigenen Anzug ist ein bisschen leise, der einem sagt, hier, du hast gerade einen Gegner auf den Fersen oder der hat dich auf einer anderen Lane überholt. Denn die Level sind relativ offen gehalten. Es gibt keine direkte Strecke, sondern immer zwei, drei Wege zum Ziel. Der könnte noch ein Ticken lauter sein. Ansonsten aber die Musik ist großartig. Die Soundeffekte sind wuchtig. Das Feedback ist auch sehr gut, bis auf eine Sache. Und zwar die Landung nach dem Springen. Man braucht so ein bisschen das Feingefühl dafür, wie groß man tatsächlich im Raum ist. Was an sich sehr gut funktioniert, da man sich ja vorher kalibriert. Aber eben im Eifer des Gefechts muss man erstmal lernen, wann der Boden tatsächlich dicht genug ist, um weiter zu sprinten, um aus der Flugbewegung rauszukommen. Da könnte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen nachhelfen, dem man mehr vom Charaktermodell zeigt oder ähnliches. Aber im Großen und Ganzen sehr schön, sehr gut gelungen und unfassbar, unfassbar spaßig. Wie gesagt, im Singleplayer schon eine große Herausforderung. Und deshalb, auch wenn man nicht unbedingt auf Multiplayer-Spiele steht, worauf dieses Spiel hauptsächlich ausgelegt ist, auch dann lohnt es sich mit den vielen, vielen verschiedenen Strecken und der ziemlich herausfordernden KI und den vielen Tricks, die man meistern kann. Innerhalb vier Tutorials kann man davon alles soweit lernen. Aber bis man dann auch wirklich das gemeistert hat und die Konzentration hat und die Fähigkeit schnell genug zu reagieren, in den richtigen Situationen, an die richtigen Orte, in den richtigen Levels zu greifen. Dafür geht ein bisschen Zeit. Und jetzt zum krönenden Abschluss noch extra dieses Mal ans Ende gesetzt, das Optionsmenü. Denn obwohl sich das Spiel selbst auf die eigene Hardware einstellt und super funktioniert und gerade durch seinen Stil eben auch gut aussieht, egal in welchen Einstellungen, muss man sich hier nicht viel rumtreiben. Allerdings gibt es doch gerade bei den Controls zum Beispiel ein paar Komfortfunktionen, wie zum Beispiel das Klick Quick Turn, also sprich, anstatt des Analog Sticks einfach einen Klick zu machen. Grip Button Climb, also auch hier wieder eine andere Form des Kletterns, das wird dann entsprechend im Tutorial natürlich auch anders erklärt, wenn man das ausgeschaltet hat. Ist die Erklärung ein bisschen anders, als wenn man es eingeschaltet hat. Das Enable Braking, sprich, man hat die Möglichkeit zu bremsen, kann man an- oder abschalten. Eventuell nicht schlecht ist, für manche Leute abzuschalten, denn gerade wenn man mitten im Spiel ist, drückt man die Fäuste doch sehr fest zusammen und kommt mit dem Mittelfinger versehentlich sehr leicht auf die Bremse. Und das Drifting, auch das ist an- oder abschaltbar, das macht die Controls ein bisschen flüssiger, beziehungsweise ein bisschen fester, je nachdem in welche Blickrichtung man guckt. Also hier nach eigenem Geschmack wählbar, was man machen möchte. So, weiter geht's mit dem Gameplay. Hier lässt sich das Roomscaling an- oder abschalten, das ist generell erstmal abgeschaltet, was sehr sehr gut ist. Wie schon öfter erwähnt, ich habe einen sehr sehr kleinen Raum mit einer Dachschräge, hier funktioniert es stehend, zu den Sensoren gewandt, wunderbar das Ganze zu spielen. Die Sightbinders sind, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, einfach die Geschwindigkeitsstreifen an der Seite des Bildschirms, wenn man auf Topspeed ist. Das ist eigentlich nicht sehr störend und fokussiert einen sogar ein wenig besser auf die Strecke vor einem. Der Komfortmodus ist ganz ähnlich, der einem so ein bisschen Scheuklappen anlegt und dadurch die Motion Sickness verringert, denn man sieht ein wenig weniger links und rechts und kann sich auch hier mehr auf die Mitte fokussieren. Sprich, es ist weniger Bewegung an den Rändern des Bildschirms und man kann ein wenig entspannter spielen, wenn man Probleme mit Motion Sickness hat. Vibration sollte unbedingt angeschaltet sein, denn das ist das Hauptfeedback während des Rennens, wann man springen sollte, wann man gerade im Flug ist, lieber anlassen. Das Player hat, kann man genauso anlassen, ist allerdings nicht so wirklich notwendig. Man könnte es eigentlich auch ausschalten, selbst wenn es angeschaltet ist, es ist sehr bunt, es ist farbenfroh, aber während des Rennens kriegt man davon einfach herzlich wenig mit. Dasselbe geht für das Speedometer übrigens auch. Bei den Grafikeinstellungen kann man selbst relativ wenig machen. Es gibt einen Resolution Multiplier, sprich, wie viel Upscaling betrieben wird, beziehungsweise Downscaling, um die Performance ein bisschen zu steigern. Man kann Anti-Aliasing hinzu oder eben abschalten und Charakterschatten an oder aus und die View Distance ein bisschen beeinflussen. Aber nichts Großes, keine speziellen Optionen, nicht so berauschend wie beispielsweise in Serious Sam 3. Alles ein bisschen kleiner gehalten, aber da sich alles an das System anpasst, auch hier wie gesagt, eigentlich kein großes Problem. Trotzdem, mehr ist immer schön, aber es ist ein VR-Game. Ich denke, das kann man verzeihen an dieser Stelle. Bleibt eigentlich nur noch das Audio übrig. Und zum Audio kann man nur sagen, Wunderbärchen. Ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Slider. Den Master Slider dann einen für die Kommentatoren, einen für die einzelnen Charaktere, für die Musik, für die Soundeffekte und für den Voice Chat, den man nicht hören will und wo man auch den eigenen Voice Chat erstmal abschalten möchte. Also ein Traum zum eigenen abmischen, aber einfach alles auf 100 lassen, bis auf den Voice Chat und man ist großteils schon glücklich und man will ja auch was von der guten Musik haben. Die hört ihr jetzt noch auf dem Endscreen. Das war's für dieses Video. Mein Name ist Werger Nonchampway. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.